Ich bin Lorenz, der Gründer von Strap & Stiles. Ich wollte schon immer irgendwas erschaffen, was nicht nur praktisch ist, sondern was auch Geschichten erzählt. Fotografie ist schon Ewigkeiten meine Leidenschaft. Und ich wollte für Fotografen irgendwas erschaffen, was sie nicht nur begleitet, sondern was sie auch inspiriert. Unsere Kameragurte sind mehr als nur Zubehör. Sie erinnern dich immer wieder an diese ruhigen Momente, in denen du einfach nur auf deinen Auslöser drückst. Was macht Strap & Stiles besonders? Es ist die Liebe zum Detail. Jeder Gurt ist handgemacht. Jeder Gurt ist ein Unikat, so wie jeder Fotograf auch seine eigene Geschichte hat. Es geht nicht nur darum, gut auszusehen. Es geht vor allem auch darum, sich wohl zu fühlen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Und genau bei dieser Entscheidung kommen wir ins Spiel und helfen wirklich gern dabei, den passenden Gurt für dich zu entwerfen, zu nähen und dann zu dir zu verschicken. Das krasse ist, unsere Straps geben mir immer dieses Gefühl von Abenteuern und ich habe immer Lust, sie zu benutzen. Egal wo, egal wann. Ich nehme sie immer überall mit hin und sie begleiten mich auf jeder Reise. Ein Kamerastrap, der deine Persönlichkeit widerspiegelt. Strap & Stiles. Made to Love.